grüß euch da draußen ja ob es jetzt daheim seid oder nicht oder wie oder was ich habe euch versprochen wir machen jetzt gemeinsam jeden tag ein bisschen musik und das erste Stück, das ihr euch gerne vorspielen möchtet jetzt in dieser besonderen, in dieser speziellen zeit ist ein cover von niemand geringerem als Xavier Naidoo und ja eins von meine absoluten Lieblingslieder von Jan, das ist stiller Teilhaber und so schaut es aus Musik Wenn du fallst, dann wird ich bei dir sein und wenn du stehen bleibst, dann stäg i bei dir sein, bei dir ein und wenn du kämpfst, dann hilf ich in der Habe, rede ich und wenn du Geld brauchst, dann werd ich in die Investieren, ich bin der Stühler, denn Habe ich bin der Stühler, denn Habe ich bin der Stühler, denn Habe ich bin der Stühler. Ich hab der und dein Kochen, aber mit dir so gefreut, denn ich hab der und dein Leben, durch deine Augen sieht ich alles neu, ich werd Teil von deinem Leben, und ich werd ein Teil von meinem Leben geben, und es wird nicht vergeben sein, dann hör ich in die Investieren, denn Habe ich bin der Stühler, denn Habe ich bin der Stühler, denn Habe ich bin der Stühler. Und wenn du fällst, dann will ich bei dir sein Und wenn du stehen bleibst, dann steig ich bei dir ein Und wenn du könntest, dann hilf ich in der Haare wie ich Und wenn du Geld brauchst, dann werde ich in die Investieren Ich bin der Stühle, dein Robert, ich bin der Stühle Dein Robert, ich bin der Stühle Dein Robert, ich bin der Stühle Kurz und knackig Und unten ist wieder meine Bankverbindung verlinkt Vielleicht seid so gnädig und habt so ein bisschen was über Und das würde mir sehr helfen, diese Zeit jetzt gerade zu kompensieren Danke dafür, bis morgen Ich bin der Stühle Ich bin der Stühle Ich bin der Stühle